Moin meine Freunde, wir schauen uns heute den Zoom-Mod für die Minecraft Battle-Organition an. Und wenn euch das Ganze gefällt, dann lasst mal gerne ein Like und ein Abo da. Und wenn ihr noch weitere Mods für Minecraft Battle-Organition wollt, dann schreibt es doch mal gerne in die Kommentare. Wenn ihr dann den Link in der Videobeschreibung mal wieder gefolgt seid, dann findet ihr hier den Vox Changer, den ihr natürlich hier unten erstmal installieren könnt. Wichtig gesagt zu haben, das Ganze funktioniert leider nur für die Windows 10 Edition auf dem PC der Minecraft Battle-Organition. Das heißt, auf dem Handy wird es bisher noch nicht funktionieren. Ich weiß, dass das ziemlich doof ist. Das heißt, wenn es dazu neue Infos gibt, sage ich euch auf jeden Fall Bescheid. Und wenn ihr dazu selber schon Infos habt, dann schreibt es auch gerne mal in die Kommentare rein. Hier könnt ihr dann das Ganze erstmal öffnen auf euren Desktop und auf Start drücken. Start funktioniert natürlich nur, wenn ihr die Minecraft Battle Edition im Hintergrund geöffnet habt. Hier könnt ihr dann erstmal eure Taste festlegen, worauf ihr denn eigentlich den Zoom-Mod haben wollt. Und dann geht ihr nur noch in eurem Minecraft-Feld rein. Und dann könnt ihr auch schon zoomen auf eurer festgelegten Taste. Ist eigentlich voll easy. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Und wenn ihr mehr von solchen Videos wollt, dann lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abon da. Und schaut euch noch gerne das Video zum Replay-Mod an, mit dem ihr weiterhin richtig krasse Aufnahmen für die Minecraft Battle Edition erstellen könnt. Und dann geht's euch noch gerne das Video zum Replay-Mod an.